Wir freuen uns Sie heute Nachmittag hier im schönen Rathaus der Stadt Bernburg-Sahle zur Präsentation einer weiteren spektakulären Investitionsentscheidung begrüßen zu dürfen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen in Sachsen-Anhalt und in Bernburg-Sahle. Herzlichen Dank Frau Oberbürgermeisterin Dr. Risto für Ihre Gastfreundschaft. Besonders freuen wir uns über die gute Medienresonanz. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ein paar Worte zum geplanten Ablauf. Wir wollen nach der Projektvorstellung einige weitere Redebeiträge hören, im Anschluss dann Ihre Fragen beantworten und gerne stehen Ihnen im Nachgang alle Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer für Interviews und Einzelgespräche zur Verfügung. Und bitte fühlen Sie sich herzlich eingeladen auch zu einem kleinen Imbiss im Nachgang. Mein Name ist Thomas Einsfelder und ich darf Sie durch den heutigen Nachmittag führen. Ich bin Geschäftsführer der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, Chef des Teams, das die Affnet-Ansiedlung in unmittelbarer Nähe zum zweitgrößten deutschen Frachtflughafen in Leipzig-Halle gemeinsam mit zahlreichen Partnern seit dem Erstkontakt über das Unternehmen Logi West im Dezember 2020 koordinieren und begleiten durfte und das Unternehmen auch weiterhin betreuen wird. Die Stadt Bernburg-Sahle hat sich gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen können. Nicht zuletzt die zügige Schaffung der planerischen Voraussetzungen hier vor Ort haben sich gelohnt. Mein Dank gilt allen, die sich in den vergangenen Monaten für den Standort Bernburg stark gemacht haben. Das Vorhaben wird nicht nur der Entwicklung in Bernburg eine neue Dynamik geben, sondern ist auch ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg zur Silicon Junction. Es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen jetzt Ihre Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorzustellen. Herzlich willkommen, Herr Slobodan Pulyarewicz, Präsident von Affnet, verantwortlich für die Region Europa, Nahe Osten und Afrika, englisch abgekürzt EMEA. Herzlich willkommen, Frau Roswitha Heiland, Vice-Präsident Affnet Logistics EMEA. Und herzlich willkommen, Herr Thomas Ludescher, Senior Vice-Präsident und Chief Financial Officer Affnet EMEA. Wir freuen uns, dass Sie uns das Unternehmen und das Investitionsprojekt, ein Hochleistungs-Distributionszentrum für Halbleiter und elektronische Bauteile gleich gemeinsam vorstellen und einrunden werden. Wir freuen uns auch, dass der Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, Herr Sven Schulze und sein Staatssekretär Dr. Jürgen Ude, sich heute die Zeit nehmen, das Unternehmen im Land willkommen zu heißen. Die Oberbürgermeisterin der Stadt Bernburg, Saale, die Hausherrin ist bei uns und Herr Markus Bauer als Landrat des Salzlandkreises. Doch genug der Vorrede, meine Damen und Herren, denn wir alle sind neugierig, nun mehr zu erfahren, als der Einladungstext zur heutigen Pressekonferenz preisgegeben hatte. Bitteschön, Frau Heiland, sehr geehrter Herr Ludescher, ein wirklich beeindruckendes Vorhaben. Herzlichen Dank, dass Sie sich für Bernburg-Sahle entschieden haben. Ja, schönen guten Tag auch von unserer Seite. Ich darf Ihnen meine beiden Kollegen vorstellen, die Rosi Heiland, zuständig bei uns im Haus für die Logistik und Slobodan Poljarevic, unser EMEA-Präsident für FNED. Ich habe das Vergnügen, Ihnen die FNED als solches Mann vorzustellen, bevor die Frau Heiland dann übernehmen wird und Ihnen das Projekt hier in Bernburg vorstellen wird. Nachdem ja letzte Woche schon ein paar Artikel durch die Zeitung gegangen sind und leider auch einiges falsch war, hoffe ich, dass ich das jetzt alles auch richtigstellen kann. Also unser Name ist nicht auf VNED, wie in einer Zeitung zu lesen war, sondern FNED. Der Name kommt von dem Gründer, Charles FNED, der vor ziemlich genau 100 Jahren in New York die Firma FNED gegründet hat. Damals weitgehend wären das Rollouts von Radio in Amerika. Seit 1950 fokussiert sich FNED allerdings auf den Vertrieb elektronischer Bauteile. Also herkömmlich auch Chips genannt, keine Kartoffelchips, sondern elektronische, die kleinen Tausendfüßler. FNED ist seit 1960 an der Börse und wird unter dem Kötzl AVT an der Nestec notiert und hat über zahlreiche Akquisitionen den Eintritt nach Europa gefunden. Also es wurden in Summe mehr als 30 Akquisitionen ab 1990 gemacht und daraus ist das heutige FNED in Europa entstanden. Ja, hier sind so ein paar Zahlen zu FNED. FNED ist ein Hauptsitz in Phoenix, Arizona. Wir haben letztes Jahr 20 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Das wird dieses Jahr etwas mehr sein. Wir haben weltweit über 14.000 Mitarbeiter, sind dabei sehr ingenieurlastig, da wir einen technischen Vertrieb machen. Also wir verkaufen nicht nur über Menge und Verfügbarkeit, sondern neben den Accountmanagern gehen bei uns auch sogenannte Applikationsingenieure in die Entwicklungsabteilung beim Kunden und versuchen die Produkte unserer Hersteller auf die Börse zu bekommen. Wir vertreten Produkte von weltweit 1.400 Partnern und haben letztes Jahr 157 Milliarden einzelne Chips geriefert. Also eine sehr große Menge. Kommen wir von der globalen Sicht auf FNED nach Europa. Hier sehen Sie unseren auf gut deutsch-europäischen Footprint. Sie sehen, dass wir Europa in vier Zonen geteilt haben. Das haben wir Nordeuropa, Zentraleuropa, das ist im größten Anteil Südeuropa und Osteuropa. In den grauen Ländern haben wir keine eigenen Gesellschaften, aber die werden natürlich aus den benachbarten Ländern mit vertreten. In Summe haben wir 120 Vertriebsbüros in 32 Ländern. In Europa, Israel und Südafrika. Die Waren werden heute über zwei Läger an die Kunden versandt. Das einmal ein Lager in Point, östlich von München, in der Nähe der Messe. Und ein Lager in Tongren, das ist im Dreiländereck, Deutschland, Belgien, Holland. Beide Läger haben etwa 27.000 Quadratmeter. Und bei dem angenommenen Wachstum, das wir in den nächsten Jahren erwarten, wenn man Firmen wie Gartner vertrauen darf, dann wird sich der Markt zwischen 2020 und 2030 verdoppeln. Und wir hoffen uns natürlich, dass wir nicht nur unseren 40% Marktanteil in Europa behalten, sondern hoffentlich noch etwas ausbauen können, so dass wir in zwei, drei Jahren dringend notwendig ein weiteres drittes Lager brauchen werden. Wir tun das Ganze mit 4.500 Mitarbeitern in Europa und wenn wir uns am Geschäftsjahr 2021-2022, das in Kürze zu Ende gehen wird nach diesem Quartal, gehen wir davon aus, dass wir etwa 6 Milliarden Euro Umsatz machen werden. Wir bedienen aus den beiden Lägern, oder zukünftig dann drei, gut 30.000 Kunden in Europa und vertreiben in Europa die Produkte von 300 Lieferanten. Wir bedienen den gesamten klassischen Industrierenmarkt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Automobilindustrie mit rund 20 bis 25%. Wir sind uns natürlich schuldig, wenn im Moment einige Autos nicht geliefert werden können, oder respektive unsere Lieferanten, die uns nicht beliefern. Hier auf dem Slide sind so mal die größten 20 Lieferanten, die wir vertreten. Einige kennen Sie vielleicht, insbesondere die deutschen, wie Infineon oder Ostram. Andere Torschüber aus Samsung sind natürlich auch große Namen. Viele andere sind leider nur in der Branche bekannt und vielleicht nicht so bekannt. Viele sind auch Spin-offs von großen Konzernen und wurden unter neuem Namen dann in den Markt gebracht. Zum Beispiel NXP von Philips. Last but not least, ein kleiner Ausschnitt unserer beiden Läger. Das oberste, das sind Tongeren und das untere, das sind Poying bei München. Beide, wie gesagt, im Bereich 27, 28.000 Quadratmeter. Tongeren ist heute schon relativ voll. Da hat man nicht mehr viele Möglichkeiten zu wachsen und das lag in Poying wird auch in zwei bis drei Jahren. Also wir werden in der Bauphase für das neue Projekt voll werden, sodass wir jetzt dringend einen Neusager brauchen und das Projekt wird Ihnen jetzt meine charmanten Kollegen vorstellen. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass Sie alle da sind. Wunderbar, freut uns sehr. Ich würde Ihnen jetzt gerne das Projekt an sich vorstellen. Wir, wie Thomas Lüdercher gerade schon erklärt hat, werden wir in den nächsten zehn Jahren uns verdoppeln, was das Volumen angeht. Ja, und das hat verschiedene Gründe. Zum einen wird der Markt so wachsen und zum anderen stellen wir uns auch ein Wachstum, auch nochmal ein organisches Wachstum vor, über Marktanteilsgewinnung sozusagen. Und das heißt dann, dass sich das Volumen verdoppeln wird. Das ist der Grund dafür, dass wir in ein neues Distributionszentrum investieren wollen. So, was stellen wir uns da genau vor? Wir stellen uns ein Hochleistungsdistributionszentrum vor, was eine Mischung dann schlussendlich darstellt aus Automatisierung und manuellem Distributionszentrum. Wir reden jetzt von der reinen Logistikfläche von 56.000 Quadratmetern. Wir sehen auch ein Programmierzentrum vor, weil wir ja auch, was der Thomas gesagt hat, auf Kundenwunsch auch elektronische Bauteile programmieren. Das Programmierzentrum wird 1.100 Quadratmeter groß werden und dann haben wir natürlich noch einen Bürotrakt und in der Endausbaustufe gehen wir davon aus, das sagen wir unsere Kalkulation, dass wir rund 700 Mitarbeiter an dem Standort dann haben werden. So, der Zeitplan, den Sie unten links eingesetzt sehen, das ist jetzt der vorläufige und da brauchen wir dann auch die Unterstützung vom Landrat, dass wir die Baugenehmigung dann auch zeitgerecht bekommen. Wir möchten gerne im August, September den Spatenstich durchführen. Ja, dann muss das Gebäude gebaut werden, die verschiedenen Gebäudeteile sozusagen. Wenn das fertig ist, dann wird das Distributionszentrum mit der sogenannten Intralogistik ausgerüstet. Das ist alles das, was innen drin sich befindet. Die komplette Fördertechnik, Shuttle, Hochregallager und so weiter. So, dass wir dann davon ausgehen, dass wir im Oktober 2024 mit der Anlaufphase beginnen werden. Und wir gehen davon aus, dass wir rund 10 Monate brauchen, um das Distributionszentrum dann hochzufahren. Also gerade diese verschiedenen technologischen Komponenten müssen natürlich aufeinander abgestimmt sein. Und da gehen wir so von 10 Monaten aus, die wir dazu benötigen werden. So, hier sehen Sie nochmal den Lageplan. Und da, wir sind ja jetzt sehr, sehr fleißig mit der Bauantragsplanung. Das ist jetzt schon der neueste Stand, den hat der Bau noch gar nicht gesehen, des Lageplanes, den wir jetzt gezeichnet haben. Und vielleicht stehe ich kurz auf, dann kann ich das besser erklären, dann kann ich Ihnen das zeigen. Also hier in dem rechten Teil, was Sie da sehen, das sind jetzt erstmal die ganzen Kraftplätze. Hier ist die Straße, die Einfahrt wäre dann hier unten. Hier unterhalb liegt das Biomassentraftwerk. Hier würde man, hier ist der Eingang zu planen, einmal für die LKW und der variiert darf man wie die BKW-Fahrzeugen. Und dann, wie gesagt, die ganze Rechte soll jetzt Fahrplätze. Dann würde auch mit der Waren Eingang erfolgen. Hier in dieser Halle findet die sogenannte Berkschöpfung statt. Und der Vorderbereich ist ein Admin. Und hier PMT steht bei uns für Programmierung. Und hier in dem Untergrund bereitet der Lagerausgang. Was wir da angeklangst sehen, das Wort Dunkelkommunik, und das Hellgrund ist einmal der Schattelage. Wir absichtigen, die Ware in den Boxen sozusagen, in der Schattelage zu laden. Und das andere, das Gellergrüne, das ist ein Hochringerladen. Und das, die Umfahrung geht dann im Einbahnstraßenverkehr, einfach ins Gebäude in der Rund. Das ist ja jetzt, wir reden von 150.000 Quadratmetern, die wir haben. Und ich habe es Ihnen ein bisschen erklärt. Konnte man mich überhaupt verstehen? Gut, ich habe da kein Mikro mitgebracht. So, und der erste Bauaufblick, das sehen Sie, was jetzt da gezeichnet ist, was farbig ist, das sind 56.000 Quadratmeter. So, die Gebäudehöhe, das Hellgrüne, wo HBW drinsteht, HB Warehouse, bei uns ja amerikanisches Unternehmen, sehr viele englische Begriffe, das Hochregallager, da gehen wir von einer Höhe aus, von rund 35 Meter. Die anderen Hallen werden ungefähr 14 Meter hoch sein. So, ich hätte es vorhin auch schon erwähnt, also wir planen, und das ist die Absicht, aus der Region zu rekrutieren, also Mitarbeiter hier aus der Region einzustellen. Für uns ist es extrem wichtig, dann auch dementsprechend mit den Fachhochschulen, Hochschulen in der Region zusammenzuarbeiten. Wir benötigen Logistiker, Logistikfacharbeiter, Mitarbeiter natürlich dann für Verwaltung und Personalwesen. Wir werden eine eigene Personalabteilung haben müssen. Dann das ganze Thema Export und Import, weil wir importieren ja die Sachen von unseren Herstellern, das machen wir selber. Genauso machen wir die Exportabwicklung selber. Dann das ganze Transportwesen muss geregelt werden. Die LKWs müssen rein, die müssen raus, das muss man organisieren. Ganz wichtig, das ist bei uns in unserem Geschäft ein wesentlicher Meilenstein, ist das Thema Qualität und Qualitätsmanagement, das bei uns extrem hohen Stellenwert einnimmt. Dafür brauchen wir Leute und dann dementsprechend IT-Experten, Informatiker, Ingenieure brauchen wir für die verschiedenen Bereiche und dann letztendlich das ganze Thema Techniker und Facility Management. Schlussendlich wird es ein sehr, sehr großer Standort werden. Der wird ja doppelt so groß wie die anderen beiden und der wird sich selbst versorgen, sozusagen. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Standort für uns. Soziale Verantwortung und Engagement, da haben wir es. Uns, das ist der FNIT generell sehr wichtig, uns sozial zu engagieren. Wir machen das an allen Standorten, immer lokal, mit lokalen Vereinen, Organisationen und so weiter. Wir machen sehr viele Projekte mit Schulen. Wir bieten, wenn es gewünscht wird, haben wir mehrere Male eine Art Feriencamp gemacht, damit die Mitarbeiter der Kinder und auch andere haben wir Englischcamps gemacht, dass die Englisch lernen. Klar, als amerikanisches Unternehmen ist es bei uns sehr wichtig, dass die Leute auch Englisch sprechen. Und natürlich andere soziale Projekte in den Schulen, Sportvereinen, Fußball, das wird immer gerne genommen. Das ist halt so in Deutschland. Der andere Punkt ist, wir planen das Lager, das ist jetzt schon vorgesehen, eine Photovoltaik auf das Dach zu bringen, da, wo wir es können, wo es die Traglast zulässt. Und zum anderen sind wir gerade, das ist die neueste Entwicklung, wir haben nochmal mit unserem Bauplaner gesprochen. Wir möchten ganz von dem Thema Gas weggehen und gucken, dass wir jetzt, da haben wir jetzt auch mit den Behörden hier gesprochen, ob es möglich ist, über Fernwärme oder Geothermie oder Luft-Luft-Wärmepumpen, dass wir da auch von fossilen Energien unabhängiger werden. Das ist also auch noch für uns extrem wichtig. Ja, abschließend möchten wir uns mal bedanken, insbesondere hier bei der Stadtverwaltung, Frau Dr. Risto, Herr Dietrich, Frau Wendland, die einen ganz tollen Job gemacht haben. Ich möchte der Politik des Landes Sachsen-Anhalt mich bedanken, bei Herrn Schulze, bei Herrn Dr. Ude und insbesondere auch bei der IMG und hier ganz besonders bei der Frau Voss, die Tag und Nacht unser Ansprechpartner war und wirklich alles gemacht hat, dass das ganze Projekt auch in sehr kurzer Zeit sehr weit gekommen ist. Parallel möchte ich mich auch bei unseren externen Partnern bedanken, die uns hier unterstützt haben. Einmal die Firma Logiwest bei der Standortsuche. Wir hatten knapp zehn Standorte hier in der Region im Umkreis rund um Leipzig uns angeschaut und uns dann letztendlich für Bernburg entschieden. Parallel die Firma Max Bögel, die jetzt aktuell an der Planung arbeitet, die dann auch hinterher das Gebäude bauen wird. Die Firma Miebach, die uns bei der Planung der Intralogistik unterstützt hat und die Firma Berdion und Reiser, die uns bei der Projektentwicklung auf der Bauseite unterstützen werden. Ja, vielen Dank, Frau Reiland, Herr Ludescher. Ein wirklich beeindruckendes Vorhaben. Herzlichen Dank, dass Sie sich für Bernburg entschieden haben. Ich darf überleiten an unseren Wirtschaftsminister, Herrn Minister Schulze. Bitte sehr. Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen. Und ich kann Ihnen sagen, auch im Namen der gesamten Landesregierung, dass es heute ein Tag ist, auf den wir uns sehr gefreut haben als Land Sachsen-Anhalt. Das ist eine Investition, die hier getätigt wird, die über die Stadt Bernburg und auch über den Salzlandkreis hinaus ausstrahlt. Das ist eine Investition, die zeigt, dass Sachsen-Anhalt hoch attraktiv ist für Unternehmen aus der ganzen Welt. Es ist vielleicht, sage ich mal, spannend, bei einem Medien zu lesen. Hat das jetzt was mit Intel zu tun oder was ist jetzt der Grund gewesen? Ich glaube, das wurde gerade erläutert, dass es jetzt nicht einen direkten Zusammenhang nur gibt und auch die Gespräche, die hier geführt wurden, wo ich auch sowohl in meinem Haus dem Staatssekretär, Jürgen Ude sehr dankbar bin, aber auch der IMG und der Stadt Bernburg, dem Salzlandkreis, dass das so eine gute Zusammenarbeit war zwischen den unterschiedlichen Ebenen. Die Gespräche haben ja lange bevor diese Intel-Entscheidung gekommen ist, auch begonnen. Und deswegen ist das in Summe gesehen eine hervorragende Entscheidung für diese Region hier. Und ich sage Ihnen auch, als jemand, der hier aus der Region kommt, hier aufgewachsen ist, dass ich sehr stolz bin auf meine Heimat hier und darauf auch sehr stolz bin, dass wir jetzt diese Attraktivität auch nach außen zeigen. Es sind ja noch mehrere Punkte hier genannt, die vielleicht in den vergangenen Jahren noch mal Diskussionen waren. Wir haben oft darüber gesprochen, brauchen wir die Autobahnen hier, brauchen wir die B6N, die hier vorbeiführt, jetzt auch die A14. Die B6N wurde ja auch zum Teil in eine Autobahn umentsprechend gewidmet. Das zeigt, solcher Investitionen sind am Ende auch die Ergebnisse solcher Infrastrukturentscheidungen aus den 90er Jahren schon begonnen. Oder was auch für uns sehr wichtig ist, möchte ich noch mal betonen, heute auch schönes Beispiel dafür, der Flughafen Leipzig-Halle. Wir sind ja Eigentümer, auch wenn wir Minderheitseigentümer sind als Land Sachsen-Anhalt. Aber wir profitieren enorm auch als Land von diesem Flughafen, weil wir heute wieder eine Investition haben, die diesen Flughafen als sehr wichtigen Bestandteil dieser Investitionsentscheidungen auch ansieht. Und deshalb möchte ich auch noch mal betonen, dass wir als Land zu diesem Flughafen auch stehen und dass dieser Flughafen nicht nur vor Ort Arbeitsplätze sichert, sondern auch in das jeweilige Bundesland, nach Sachsen und hier bei uns auch nach Sachsen-Anhalt reinstreiten und auch hier für Investitionsentscheidungen am Ende des Tages auch mit tätig ist. Ich möchte Sie ja herzlich begrüßen im Land. Nicht nur die Verhandlungen waren wichtig, sondern jetzt wird es wichtig sein, dass wir gemeinsam sehr eng zusammenarbeiten. Und ich kann Ihnen das zusichern, sowohl von Seiten der Landesregierung und ich kenne, wenn ich jetzt den Landrat Markus Bauer mal nennen darf als einer der kommunalen Vertreter, so lange wir arbeiten hier eben ganz eng zusammen und hier gibt es parteiübergreifend auch wirklich die Abstimmung, das haben wir an anderer Stelle auch schon bewiesen, dass wir all das, was für die Investitionen wichtig ist und für die Investoren wichtig ist, nicht nur bis zum Tag der Entscheidung sehr eng begleiten, sondern ab der Entscheidung bis dann irgendwann die ersten, sage ich mal, ja, Produkte hier nicht nur gefertigt werden, sie ja hier nicht, sondern die machen ein bisschen Forschung und Entwicklung, aber sie schlagen die Produkte ja auch um, bis also Sie quasi hier mit der Investition auch fort Geld verdienen können, so lange werden wir Sie auch und darüber hinaus natürlich bei jeder Möglichkeit, die wir haben, unterstützen. Die Landesregierung, das werden wir morgen verkünden, ganz offiziell wird sich auch nochmal ein bisschen anders aufstellen. Wir werden einen neuen Staatssekretär, gerade für das ganze Thema Großprojekte, Infrastruktur, Strukturwandel, nochmal installieren, weil wir im Moment als Land, nicht nur hier in Bernburg, sondern an vielen Standorten Anfragen haben, beziehungsweise auch Projekte schon in der Umsetzung sind, die unsere Heimat Sachsen-Anhalt wirklich ganz massiv auch, sage ich mal, attraktiver machen für die Zukunft. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, unser Ziel ist es auch als Landesregierung, dass wir, und das können wir wirklich schaffen mit dem, was wir auf den Weg gebracht haben, zu den Top-Bundesländern gehören werden in den nächsten Jahrzehnten und dass viele andere Bundesländer, die in den letzten Jahrzehnten vor uns waren, dass wir die überholen werden können. Wir werden für junge Leute, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, so attraktiv sein, dass keiner mehr das Land verlassen muss, sondern im Gegenteil, dass viele Menschen aus ganz Deutschland, vielleicht auch aus ganz Europa, das ist ja auch ein Interesse sicherlich von den Unternehmen, die sich hier einsiedeln, dass viele Menschen aus ganz Europa Interesse daran haben könnten, hier nach Sachsen-Anhalt zu kommen, hier zu arbeiten, hier zu leben. Und zum Schluss möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar Ihnen bin. Sie haben zum Schluss in der letzten Folie auch noch mal aufgezeigt, dass Sie sagen, Sie wollen sich hier nicht nur einsiedeln, sondern Sie wollen sich integrieren. Sie wollen hier vom Kitas, habe ich gelesen, bis hin zu Sportvereinen, das sind genau Unternehmen, die wir ja gerne haben wollen und unterstützen wollen, die hier sich in das gesellschaftliche Leben auch mit einbringen, weil das genau der richtige Weg ist. Und deswegen nochmal Gratulation zu Ihrer Entscheidung, hier nach Sachsen-Anhalt, nach Bernburg zu kommen. Gratulation an die Stadt Bernburg, Sie haben ja schon viele tolle Unternehmen, die auch, sage ich mal, europaweit zumindest sehr gut und vorangegangen sind. Gratulation an den Salzlandkreis, lieber Markus Bauer, und für uns ist das wirklich als Land ein extrem freudiger Tag heute. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Frau Oberbürgermeisterin, Sie haben öffnet zur Chefinnen-Sache gemacht, haben gemeinsam mit Ihrem Team, vor allem Ihrem Wirtschaftsdezernenten Herrn Dietrich und Frau Wendland viel, viel Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Der Stadtratsbeschluss am 22. Dezember vergangenen Jahres war sicherlich ein Meilenstein, der Ihnen das Weihnachtsfest versüßt hat. Die Unterzeichnung des Kaufvertrages in der vergangenen Woche vermutlich ein weiterer. Sind Sie erleichtert? Ja. Eindeutig, das war schon ein aufregender Tag. Letzten Freitag waren wir, Herr Dietrich und ich, ja in München. Wir wurden erstens sehr herzlich aufgenommen und auf der anderen Seite fand dann in diesem Zusammenhang der Notartermin statt, in dem über die Grundstücksverhandlungen noch einmal besprochen wurde. Und dann haben Herr Ludischer und ich die Unterschriften runtergesetzt, der Notar ist beglaubigt, also das Grundstück gehört jetzt Ihnen, wenn alle weiteren Voraussetzungen dafür erfüllt werden. Aber daran zweifeln wir nicht. Das ist letztendlich ja fast schon eine Formsache, dass das jetzt kommt. Auch ich sage noch einmal herzlich willkommen hier und muss meinen Dank gleich mal an das Land richten. Es war schon gut, dass das Land, die Stadt Wermuxale unterstützt hat bei der Entwicklung des Gewerbegebietes an der Autobahn. Die Affützen haben wir ja nicht nur selbst für uns dort hinbauen lassen. Davon profitieren viele, auch von der B6N. Aber dass dann genau in diesem Kreuz das Gewerbegebiet erschlossen werden konnte, das ist natürlich ein Gewinn für uns. Und wir müssen ganz eindeutig sagen, wenn man rausgeht, ist man sehr international aufgestellt. Wir haben die unterschiedlichsten Branchen. Und jetzt kommt noch eine Branche hinzu, die Halbleiter-Technik. Und wenn Halbleiter nicht da sind, dann erleben wir das, was jetzt teilweise in der Produktion zu sehen ist, dass bestimmte Produkte nicht ausgeliefert werden können. Und wer ganz genau sich mal mit Frau Heiland unterhält und dann fragt, wo ist denn so etwas zu finden? Sie hat so viele Beispiele dafür. Also ohne das wäre es zu Hause ziemlich unbequem. Das ist dann natürlich für die Unternehmen ähnlich. Insofern freuen wir uns sehr, dass es gelungen ist, dass die Verhandlungen so gut zum Erfolg geführt werden konnten. Dafür gilt natürlich allen Beteiligten mein Dank. Ich kann nicht alle aufzählen, aber einige wenige wollten auch wir hervorheben. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die direkt mit uns zusammengearbeitet haben bei den Verhandlungen. Das waren Frau Heiland und Herr Ludischer, das war insbesondere auch Frau Voss. Das war mein Bereich im Bereich Amt 80. Also der Wirtschaftsförderungsteil im Rathaus hat beste Arbeit hier geleistet. Und nicht zuletzt hat der Stadtrat natürlich dieses gesamte Projekt auch wohlwollend begleitet. Der Beschluss ist in beiden Fällen, glaube ich, einstimmig gefasst worden. Also das ist schon sehenswert. Natürlich brauchen wir jetzt weitere Helfer. Die ersten Stationen haben bereits stattgefunden, die Gespräche mit dem Landkreis, sodass die Baugenehmigung zumindest schon mal in Vorbereitung ist. Die Absprachen sind da und wir haben gesehen, die Firma macht auch ihre Arbeit. Denn die Entwürfe werden immer genauer, immer zielgerichteter. Insofern bewegt sich etwas hier und ich hoffe, dass wir dann im Sommer beim ersten Spakenschicht auch noch erfüllter in die Zukunft gucken können. Dem Projekt selber wünsche ich ganz tolles Gelingen. Ich freue mich schon, dann eine neue Firma hier in der Stadt begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dass Sie eine tolle Belegschaft finden werden, die gemeinsam mit Ihnen das Projekt zum Erfolg führen wird. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass Sie sich als Firma bei uns immer wohlfühlen. Sie haben gesagt, Sie wollen sich einbringen. Das wollen wir auch. Und insofern darf ich Ihnen versprechen, dass wir, bis wir in der Zielgeraden sind, gemeinsam mit Ihnen den Strick in dieselbe Richtung ziehen. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Bürgermeisterin. Auch Ihr ganz persönliches Engagement für dieses Projekt, lieber Herr Landrat Bauer, gemeinsam mit Ihrem Wirtschaftsförderer, unserem Kollegen, Herrn Wechselberger, hat entscheidend zum Gelingen dieses Projektes beigetragen. Bitteschön, Herr Landrat. Herr Hansförder, vielen Dank, Herr Pujarewitsch, Frau Heiland, Herr Lutherscher. Herzlich willkommen, kann ich natürlich nur im Namen aller Bürgerinnen und Bürger sagen, weil ich glaube, wir als Politiker sind ja nur die Vertreter für die Region hier. Aber ich sage in dem Sinne auch ein deutliches Zeichen. Vielleicht kann man das auch als Werbebotschaft für die Zukunft nehmen. Sachsen-Anhalt, lieber Herr Wirtschaftsminister, Herr Staatssekretär, Salzlandkreis und die Unternehmen hier in der Region, könnte man Gleichheitszeichen dahinter setzen, Weitblick. Warum sage ich das? Weil 2015 im Kreistag haben wir mal einen Begriff geprägt, wie wir uns aufstellen wollen bis 2030. Und da habe ich gesagt, wir wollen uns aufstellen als Smart Region. Und da hat man natürlich Blicke geerntet, die so ein bisschen entfragend in den Raum schalten. Und das bekommt heute einen ganz anderen Farbtupfer. Weil Smart Region ist nicht nur Digitalisierung, es ist Vernetzen von Mensch und Geist, aber auch von Innovationen für die Zukunft. Und mit unserer Hochschule Feuerland, das haben Sie ja auch angesprochen, haben wir einen starken Partner in der Region. Wir müssen nicht weit reisen, auch im Zuge von CO2 und so weiter. Ich glaube, hier haben wir vieles vor Ort. Und ich glaube, der Salzlandkreis ist nicht nur ein guter Partner, sondern auch ein Farbtupfer jetzt noch deutlicher in Sachsen-Anhalt. Und ich sage Ihnen, unsere Unterstützung da als Partner zu, auf dem Weg zur Entstehungsphase hier für das Unternehmen. Aber auch im Nachgang, weil ich glaube, das eine ist das Erstellen des Unternehmens, aber auch im Nachgang partnerschaftliches Miteinander. Das haben wir hier auch als Landkreis in einem Wirtschaftsbeirat, wo wir wirklich uns unterstützen, uns ausrichten wollen, weil wir möchten als Region strahlen mit Ihnen und mit den Menschen. Und da haben Sie mich und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als starker Partner der Stadt und der IMG, aber auch den Ministerien, Herr Minister und Herr Stadtsekretär, möchte ich Danke sagen. Und ich möchte beenden mit herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, Herr Landrat. Ihnen allen herzlichen Dank. Und nun gebe ich die Runde frei für Fragen der Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Bitte sehr. Dann würde ich mit der ersten Frage anfangen. Und es war kein Anteil in der Sankt-Anhalt. Wie hoch ist das Investitionsbund in Bernburg? Und ist das möglicherweise auch noch erwachsen gegriffen, wenn die Konjunktur so gut läuft, wie es voraussagt? Ja, für diesen ersten Bauabschnitt, den die Frau Hallern gezeigt hat, planen wir eine Investitionssumme von 220 Millionen. Das ist ohne diese Erweiterung, die auf der Folie zu sehen war. Wir hoffen, dass es nicht sehr viel mehr wird, weil wir momentanen Engpässen bei sehr fehlenden Materialien und könnte schon sein, dass doch der ein oder andere Euro dazu kommt. Aber die Erweiterung ist auch realisiert? Also unser Businessplan geht bis 2030. Wir gehen davon aus, dass wir mit der ersten Baustufe bis 2030 hinkommen müssten. Darüber hinaus, das Wachstum müsste dann mit Erweiterungen abgefangen werden. Sie sehen die Flächen auf dem Lagerplan, die so hell karriert eingezeichnet sind. Das sind die Erweiterungsflächen, die wir bereits jetzt schon eingeplant haben. Ja? Dankeschön. Wir wollen hier nicht 2031 an der Stelle und sagen, oh, ist wieder volles Schiss. Ist auch die beiden anderen Standorte bieten einfach aufgrund der Lage keine Erweiterungsmöglichkeiten. Und deswegen haben wir das hier direkt vorgesehen, dass wir hier weiter wachsen können. Vielleicht auch ein bisschen was zum Wachstum. Um Ihnen nur ein Beispiel zu bringen. Die Elektronik, wie vorhin erwähnt, ohne diese Halbleiter, Chips und Komponenten funktioniert heutzutage gar nichts. Der Mikrofon drin sind wir drin mit schätz 20 Dollar. Der Content, also für ein Auto, ein normales Auto, also Verbrennermotor, ist ungefähr ein Zehntel von dem, was man für die E-Autos brauchen wird. Und das funktioniert alles ohne uns nicht. Deswegen sind wir ja so optimistisch, dass sich der Markt in den nächsten 5-6 Jahren verdoppeln wird. Und es wird exponentiell auch weiter rauf gehen. Das heißt, Sie produzieren dort keine Heile, die werden angeliefert, eventuell programmiert und dann weiter weiter. Vielleicht können Sie noch mal kurz darauf eingehen, warum auch direkt in Bernburg? Also Kommunen, wo es Platz gibt, die hier in der Umgebung liegen, die gibt es ja viele. Sie haben schon gesagt, Sie brauchen 700 oder recht nicht nur 7 Monate treffen, die sind auch die Nachkommenachsenanhalt. Also zum einen, was ich glaube ich auch vorhin schon gesagt habe, die geografische Nähe zum Flughafen. Das ist auch einer der größten Hubs, so nennt man das, für Frachtflieger. Davon gibt es in Deutschland nur zwei, einer ist Köln, Bonn und einmal Leipzig, alle. Das war ein wesentlicher Punkt. Und der andere Punkt ist eben, es gibt hier noch Flächen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und Arbeitskräfteverfügbarkeit, da gehen wir davon aus, dass wir als Arbeitgeber so attraktiv sind, dass die Leute dann tatsächlich auch zu uns kommen. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Und am Ende ist die Arbeitskräfteverfügbarkeit ja momentan überall nicht besonders. Rosig von dem her. So oft höre das nicht meine Frage, wenn ich höre, ein großes Konzept, um die LKW fahren rein und raus, müssen die Bernbauer wieder freistellen, dass hier auch solch jemandem Verkehr für die Stadt liest oder ist es eine so genaubige Bahn? Nummer 1, es geht über die Autobahn. Nummer 2, wir haben nicht so viel Verkehr. Mikrochips sind klein. Wir sind kein großvolumiger Verteilzentrum. Mikrochips sind sehr klein. Wir rechnen in der höchsten Ausbaustufe 2031 mit 100 LKW am Tag. Das ist nichts verglichen mit anderen großen Distributionsstandorten oder mit Firmen, die großvolumige Güter haben. Wir sind halt im Päckchenverkehr sozusagen. Ja. Und nur ein anderer Begriff. Diese Mikrochips sind wirklich klein. Ein Lagerwert wird hier sein ungefähr 1 Milliarde Euro. Das wird 1 Milliarde Euro wert sein. Am Anfang und das wird hoffentlich dann weiter aufgehen. Das ist nochmal der Irrtum bei ganz vielen. Also Gewerbesteuer verteilt sich ja immer nach den Lohnkosten am Standort. Abgesehen davon wird hier eine Firma gegründet. Und ich habe die Zahl schon mal gelesen. Die ist sehr attraktiv. Aber vielleicht möchte die Firma ihre Perspektive mal verkünden. Und für diese Größenordnung habe ich in einem anderen Zusammenhang schon mal versprochen, von Stuhl zu feiern. Also wir haben da ein klares Commitment abgegeben. Wir sind zwar wie viele große Firmen sehr stark steuerlich, was die Struktur betrifft, getrieben. Aber wir haben hier ein klares Commitment abgegeben, dass jetzt die Gewinne, die hier in dieser Gesellschaft anfallen, nicht verbessert werden mit anderen Standorten. Diese Gesellschaft wird nicht Teil einer Organschaft sein. Alles, was hier erwirtschaftet wird, bleibt hier und wird auch hier versteuert. Und wir haben eine Simulation gemacht. Entsprechend ist ein Businessplan, von dem wir schon mehrfach gesprochen haben, ohne dass einen Betrag nehmen zu wollen. Aber ich denke, das ist schon ein mehrstetiger Millionenbetrag, der dann hier hängen bleiben wird. Vielleicht darf ich auch mal was dazu sagen. Das eine ist ja das Monetäre. Aber wenn wir natürlich an die Mitarbeiter denken, die dann, Herr Dietrich wird hier schwunzeln, das dritte W bei uns steht für das Wohnen. Die Menschen, die hier wohnen, lassen natürlich auch Kaufkartier, lassen die Lohnsteuerrückflüsse hier direkt in der Gemeindekasse. Aber der gesellschaftliche Gewinn für Menschen, die hier wohnen, heißt ja, die sind im Sportverein tätig, die sind im Chor tätig, die sind in der Feuerwehr tätig. Das sind ja alles Punkte, wo wir auch das Ehrenamt benötigen. Und wenn keine Menschen natürlich hier vor Ort sind, die hier arbeiten und hier wohnen, dann fehlt es natürlich da auch. Also ich glaube, das eine ist das Monetäre, aber der gesellschaftliche Gewinn für uns mit dem Partner hier als Unternehmen oder der Unternehmen, die hier in der Region sind, das ist ein Riesenbestandteil, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Unkalkulierbar. Vielen Dank, Herr Landrat. Gibt es weitere Fragen von den Medienvertreterinnen und Medienvertretern? Aus Landessicht mal noch zu zwei Punkten was sagen. Einmal nochmal zu den Steuern. Ich finde es manchmal spannend, wenn man immer nur nach der Gewerbesteuer fragt. Das viel spannendere an mancher Stelle ist die Einkommenssteuer, weil die ist immer in etwa gleich. Das heißt, die Kommunen werden da extrem von profitieren. Wir hören jetzt hier zwei Faktoren, die uns hier sehr positiv stimmen. Zum einen wurde klar vom Unternehmen gesagt, wir suchen eigentlich Leute aus der Region. Das heißt, die hier wohnen und auch wohnen bleiben und auch langfristig hier wohnen, die dann in den Kommunen, nicht nur hier in Bernburg, sondern vielleicht auch in Güsten oder in Nienburg oder wo auch immer, also drumherum auch dann entsprechend wohnen. Und da wird dann auch entsprechend Einkommenssteuer auch gezahlt. Und das ist für mich auch als Wirtschaftsminister ein extrem wichtiger Faktor, weil diese Steuer eigentlich in der Regel immer konstant ist. Und ein zweiter Punkt, das Unternehmen braucht ja gar keine Angst haben, was das Thema Personal angeht, weil wir sind hier in einer extrem attraktiven Region. Man kann sich hier auch als Spinner selber noch relativ jung und auch in einer Situation wie viele andere in meinem Alter, dass man sich ein Haus gebaut hat, einen Kredit abzahlen muss, dass man also auch sich überlegt, kann ich dort, wo ich wohne, wo ich mich niedergelassen habe, auch in 10, 15 oder 20 Jahren noch attraktive Arbeitsplätze finden, sodass ich mein, sage ich mal, Leben so entsprechend leben kann, wie ich das will. Und das ist hier in der Region extrem gut möglich. Und deswegen glaube ich schon, dass viele Menschen genauer sagen, hier Bernburg ist eine tolle Stadt, wir kennen das hier, es sieht die Saale um die Ecke und wir haben ja auch andere schöne Orte, da ein Landrat nickt, wir kennen das ja hier, wie interessant das ist auch hier zu wohnen. Deswegen braucht man sich, glaube ich, um Personal gar nicht so riesig die Gedanken machen, wenn man jetzt nur an diese eine Investition denkt. Wir als Land machen uns das natürlich. Nicht, dass wir das negativ sehen, sondern wir werden uns aufgrund der vielen Projekte, die wir jetzt umsetzen, wir haben auch im Süden Sachsen-Anhalt einige im mehrstelligen Millionenbereich, im dreistelligen Millionenbereich Ansiedlungen gerade laufen. Wir haben gerade Anfragen auch von Unternehmen für Sachsen-Anhalt in einer sehr hohen Größenordnung, das was sehr spannend sein könnte. Wir werden uns natürlich weiter Gedanken machen, das hat der Staatssekretär Uda auch bei anderen Projekten schon gemacht, wie wir mit der Agentur für Arbeit und mit anderen Wege finden, mit der IMG natürlich auch entsprechend Wege finden, um dann zu zeigen, dieses Bundesland, diese Region ist hochattraktiv und früher sind die Menschen nach Bayern gegangen und heute kommt vielleicht der ein oder andere Bayer dann hier nach Sachsen-Anhalt und lässt sich hier nieder. Ich glaube, das ist genau der Weg, den wir in den nächsten 10, 15 Jahren auch gehen wollen. Vielen Dank, Herr Minister. Frau Oberbürgerspräsidentin. Ja, ich würde noch mal ganz kurz auch eins ergänzen, also zu dem Thema Steuern. Davon hat nicht nur unsere Stadt etwas, der Landkreis hat unmittelbar etwas, er kriegt immer etwas davon ab, aber auch die anderen Gemeinden in Sachsen-Anhalt werden davon profitieren. Wenn wir in der Lage sind, unseren Finanzbedarf aus Steuern selbst zu decken, dann kann die Schlüsselzuweisung anders verteilt werden. Das ist der horizontale Finanzausgleich, sodass jede Ansiedlung in Sachsen-Anhalt, die zu Steuern führt, und es ist auch egal, in welchem Bereich die Steuer anfällt, Einkommenssteuer oder eben Gewerbesteuer, dann haben alle Gemeinden in Sachsen-Anhalt etwas davon. Also insofern ist das nicht nur ein guter Tag für uns heute. Da erhoffen wir den Erfolg uns natürlich aus dem direkten Leben, was hier dann stattfinden wird. Das ist ein guter Tag für ganz Sachsen-Anhalt. Danke sehr. Weitere Fragen?